Ja, der duelliert sich ganz beinhart bis auf ein paar Hundertstel mit seinem Verläufer vorher mit Markus. Nazar Reinhold im Ziel mit 47,19. Ja, nur vier Hundertstel sind die zwei auseinander. 47,19 für den Nazareni von der Straßenmeisteri Pinzgau. Und der Meier Alexander von Leonhardsberger II ist nun auf der Strecke. Untertitelung des ZDF, 2020